Und Attila, ich kenne Attila. Ohne Attila wäre Mois auch zum Belächtnis. Aber Attila hat doch selber keinen Erfolg. Warum soll er den? Ich verstehe das nicht. Wo er bei mir war, er, Mois, auf seinen eigenen Mund hat gesagt, ohne ihn wäre ich nichts. Ja, dann wäre Habibid hoch. Man hat mich abgehackt, ja, dann habt ihr Pech gehabt. Das wäre eigentlich. Ich würde dich auch nicht gut machen. Besser jetzt? Rede? Besser? Man hört dich jetzt gar nicht. Ich weiß es. April, April. Mann hört dich, Mann hört dich, Mann hört dich. Wallahi, du bleibst ganz ehrlich, du bist genau einer wie alle anderen sagen. Ich sagte gerade Lügner so, 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 April, April. Aber das ist andere Lüge, du hast gesagt, das ist keine Lüge. Lüge ist nur, wenn man sagt, der hat so und so gesagt. Wenn du mich hörst, du sagst, du hörst mich nicht, ist eine Lüge. Es ist irgendwie künstlig. Okay, es ist ein Welle, du sagst mir dich. Du magst nicht mehr, du sagst mir. Es ist eine Lüge. Wallahsor, Mai, du sagst mir ein, du sagst mir. Wallahsor, mora, du sagst mir. Wallahsor, du sagst mir ein, du sagst mir. Warte mal, ich rauch einen. Ich will dir was sagen. Alhamdulillah. Guck mal, die Gnade. Ich rauch einen. Wen hat Allah recht geleitet? Attila. Wer ist das? Maestro. Was, Hamza? Ja, Habib. Habib, warum rauchst du als Sportler? Wallah, ein bisschen Stress, Bruder. Wie lebe ich jetzt. Weil mein Eltern bleibt. Wenn du denkst... Wenn du denkst... Wenn du denkst... Dann geh beten, Junge. Nicht rauchen. Habe ich gut gesagt, Wabari? Wallahi. 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 Hamza, wenn du denkst... Dass Rauchen Stress weg macht... Wallahi, das ist eine Täuschung. Ich war... Ich war 20 Jahre raus. Ich war 20 Jahre raus. Warte. Warte. Ich war 20 Jahre raus. Und ich bin ruhig. Warte. 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 Amza, du bist ein Mann. Wallahi. Was denkst du? Warte. 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 Aber ist das lexual, Hamza? Was immer bist du? Wie kommt das? Keine Ahnung, ich mag den nicht mehr. Irgendwas hat mir eingeredet. Ich mag ihn nicht mehr in meinem Kopf. Er ist komisch. Ich sehe in seinem Gesicht so nichts Gutes. Und ich habe gesehen, das ist toll. Der hat mich auch verkauft. Heute habe ich reden mit ihm gemacht. Er ist wieder abgehauen von meinem Leben. Er ist wieder zufrieden. Das sind alles kleine Männer. Wer ist dein wahrhaftiger Bruder? Was? Wer ist dein wahrhaftiger Bruder? Hamza, verkaufst du mich jetzt? Ich verstehe uns gut. Also wir sind ja keine Brüder. Ich mag dich, du bist nett. Ich kann dir nicht Brüder werden. Ich werde böse sein. Du machst dein Content. Jürgen, vorhin hast du gesagt, du bist für mich sterben. Mach Millionen dieser Welt. Ich gönn dir das. Hamza. Ich habe immer einen live geguckt, vorhin ich TikTok gemacht habe. Habib Hamza. Esma, bei Hayat Hamza. Wenn du Hamid annehmen würde, würdest du in Berlin in September gegen ihn boxen? Wollah gerne. Wollah gerne. Wollah gerne. Wollah gerne. Wollah gerne. Wollah, das wäre der Kampf der Kämpfe. Wollah gerne. Wollah gerne. Ich frage ihn. Aber ich hoffe, er kommt nicht mit der Ausrede. Er ist immer noch mit dieser Fußfüssel. Wollah, wenn du klar machst. Wollah, wenn du klar machst. Wollah. 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 In Berlin? In Berlin. Wenn in Berlin. Diesmal in Berlin nirgendwo anders habe ich. Das wäre super geil. Ja, hab ich dein Wort. Wollah, du hast mein Wort. Ich kämpfe. Ich mach das nur noch mit Hamid. Also, tut mir einen Gefallen. Jeder, der diesen Live-Streams sieht. Komm mit Hamid. Man sieht ja alle meine Glatze. Ah, kaputt. Er steht einmal. Kennst du noch 51? Er hat immer, wie heißt der? Wie hat er sich genannt? Playboy 51. Playboy 51. Er hatte immer so ein Colors-Tuch. Ja. Und irgendwann hat er gesagt, ich kann mich erinnern, da war, Alter, wie lange ist das her? Guck mal. Über zehn Jahre. Über zehn Jahre. Hat er mir gesagt, wer mein Colors-Tuch wegnimmt, kriegt so und so viel Geld. Ich hab ihn in einen Club gesehen, über zehn Jahre. Oh, zum Belehr. Da war die ganze Kind mal weg hier. Die sind gegangen. Ich hab mit Kraft versucht, dieses Colors-Tuch wegkrieg ich ab. Niemals. Ja, reinig. 51. Bester Typ. Bester Typ. Ja, lele, lele, lele. Sag, wallah, er hat richtig rein geklebt in dein Kopf. Wallah, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Aber wallah, wenn du den, wallah, wenn du den Kampf klein kannst, Arafat. Arafat, ich gehe, ha. Habib Ali. Ahla Alam, Wallah. Salam, Shabab. Hamza. Yallah, alaikum salam, Ali. Hamza. Ja. Wallahi, ich werde alles dafür tun. Geht in Bonbach. Wallah, mach mal klar, Bruder, ja? Hamid droht sich nicht. Hamza ist ein Mann. Hamid wird sich schon trauen. Er wird... Wallah, ich kämpfe gerne gegen ihn. Hier in Berlin. Wallah, das wär Traum. Das wär Traum aller Träume. Wallah. Wallah. Was ist das, Grace? Ich wünsch dir alles. Ich höre dich. Oder gibt's dir was Wichtiges zu klären? Bist du so lieb, kannst du dich woanders schminken? Danke, tschüss. Ich bin schon fertig. Geh mal raus. Ich schmink dich wieder ab, aber... Ach, den kenn ich doch auch schon. Was? Dem hab ich doch schon das zu. Rosi, Rosi. Klar, noch Salalik. Ne, Rosi an Nidges. Weiß, ich muss doch kurz paar Follower kriegen. Okay, Jalabay. Jalabay, ja. Jalabay, ja. Jalabay, ja. Ich schwöre dir. Jalabay, ja. Jalabay. Baralo. Ja. Warum bist du so ein Scheitan? Ich hab nur reingetan, damit wir reden können. Umut. Umut, sei ehrlich. Du als Bruder, du kennst dich aus mit Kämpfen. Hamid oder Hamza würden gewinnen. Einfach nicht. Wallah, sei ehrlich. Ist natürlich Hamid. Ehrlich sein Umut. Hamid. Du bist doch jeden Tag mit Hamid. Jeden Tag du bist mit ihm. Natürlich sagst du Hamid. Sag mal ruhig, ja. Wallah, Hamza gewinnt. Wallah. Ich denke Hamza ist mehr beweglich, aber wenn Hamid einmal trifft. Wallah, nein. Ich sag dir ehrlich. Ich mag beide. Aber ich würde auf Hamza tippen. Wallah. Wallah, ich auch. Weißt du, ich war bei Allah. Warte, Hamid hat keine Puste. Hamza muss aufhören zu rauchen. Und Hamza ist beweglicher als Hamid. Wallah, der Typ ist so flink wie Mike Tyson im Primetime. Ich bin wie Mike Tyson im Primetime. Ich bin wie Mike Tyson oder jung war, was für Primetime. Das heißt ja Primetime. Haben Sie es einmal ruhig, Alter. Umut. Ja? Ohne Schmerz. Willst du auch? Ja, auf jeden Fall. Gegen wen? Ich weiß nicht, aber keine Ahnung. Aber es muss ein guter sein. Gegen Omar. Mach gegen Omar, wenn du ein Mann bist. Nein, Mann, was für ein Mann, Alter. Hast du Angst? Nein. Aber ich will schon gegen einen guten kämpfen. Aber auch als jemand TikTok oder so. Ja, Omar, warum nicht? Wieder eine Rose, Eilin, SK1, danke, jetzt mir. Danke für Rose. Marofa, kannst du mir vielleicht Denison klären? Würdest du gegen kämpfen? 100%. Ich frage dich. Nein, mach mal gegen Omar, bitte. Nein, Mann, Omar kämpft doch gegen CemTV und ich will gegen Denison kämpfen. Ich glaube nicht, dass Omar und Umut gegeneinander kämpfen. Nein. Warum? Warum? Mit Brüdern und Freunden. Niemals würde ich den machen. Ja, und? Haben Sie jetzt einen Bruder von mir. Trotzdem würde ich mit denen mal herumlecken. Umut, würdest du gegen mich kämpfen? Jederzeit, wo du willst, wann du willst. Nein, nein, nein. Komm nach Berlin. Ich bin Donnerstag da. Wir machen wie? Sweet Fight? Sweet Fight? Oh Gott. Komm, wir kämpfen auf Straße. Wallah, wie richtig die Männer? Hallo. Wenn die dich treffen, Hamza, du weißt nicht mehr, wo du landest. Hallo. Donnerstag, wir sehen uns dann, wir kämpfen. Wallah. Ich wollte im Ramadan kämpfen. Ich muss dir mal Benehm beibringen. Aber was ist mit Hamza? Oha, warum gehst du jetzt auf Eltern? Hä? Wir kämpfen einfach. Ja, du sagst, ich bring dir Benehm, als wäre er nicht gut erzogen. Also nur Eltern können einen erziehen. Was ist mit dir? Ich würde niemals jemanden seine Eltern beleidigen. Umut, Donnerstag, wir kämpfen. Machen wir. Einzelkampf. Ja, kämpft. Holt eine Facebook, macht eine Kampfmaschine. Wer gewinnt, hat gewonnen. Aber schlagt euch nicht. Oder ihr könnt ringen. Ringen ist erlaubt. Ohne Gesichtspart. Oh, gegen Hamza würde ich gerne ringen, Mann. Ringen? Okay. Wallah, ich würde gegen mich ringen. Hamza, lass uns treffen und lass uns ringen. Umut, du und ich ringen. Wallah, ich kann gut ringen. Wallah, komm. Komm mal nächste Woche nach Berlin. Aber was, wenn ich gewinne? Ach, hallo? Ja. Was hast du gar nicht gesagt, du kannst gut ringen? Du hast mich gesehen gegen Momo? Momo ist die Hälfte von dir. Sag mal, denkst du nicht mehr? Aber Momo ist flink. Okay, nach der Runde geh ich raus. Warum? Warum, Herr Salami? Macht voll Spaß. Wallah. Wallah, ich weiß. Wallah, ja. Macht voll Spaß mit dir. Wallah. Habib Hamza. Wallah. Ahla, Rafat. Wallah. Islam, Islam. Wallah, mit dir macht es richtig Spaß. Richtig angenehm. Kein Stress, kein Beef, keine Beleidigung. Nix. Al-Fatou-Billah. Umut. Ja? Nein, ich habe Kommentar gelesen, Zuschauer. Ja, ihr lebt denn diese Kommentare? Barilo, komm nächste Woche nach Berlin. Ich bin dran, komm ich nicht. Aber wenn ich nach Berlin komme. Komm, Barilo, komm nach Berlin. Komm, Barilo, komm nach Berlin. Komm, Barilo. Komm, Barilo. Wollen wir uns mit Hamza mal treffen? Ich will Hamza mal in echtes. Aber alleine habe ich Angst. Bei diesem. Wallah, Rafat. Ich habe auch ein bisschen Angst. Ah, alleine. So, wenn ich nach Berlin komme. Kommt Barilo, dann kommt Hamza auch da. Dann ist alles gut. Ich komme auch da hin. Wallah, ich komme auch da hin. Ja, okay. Okay, Wallah, ja. Hahaha. Wallah, ich komme auch da hin. Wallah, ich bin Hamza. Hey, Hamza, eine Frage. Kari, kommt dein E-Thor. Wallah, bin ich bei dir. La, jazal, mi'ayab. Arafat, sag ich. Hamza, kämpfst du mit Kepo da ohne? Natürlich ohne, Habibi. Was hat er gerade gesagt? Damit du doch mehr Angst bekommst vor meiner Glatze. Soll ich wirklich dir versetzen? Ja. Warte, wir werden dir, wenn du überliebst. Er wird euch Dreier machen im Laden. Hat er gesagt. Ich werde aufs... Wir treffen uns bei Papa Ari im Laden. Was? Schlägst du dich gerade? Ja, ich muss hau auf Hamza. Warte, mach mal. Mach einmal so, Umut. Schlag dich mal nochmal einmal selber. Ergel. Oh Gott. Ja, Millik. Und ja. Ja, Ja. Ja, Ja. Aber Gott, ich mein das ernst. Umut. Ich hab in life erlebt. Ein Café. Un König. Einikh Walter stom red孩. Ja, Mann. Aber ohne Edeb. Mit Edeb. Gute Edeb. Okay. Argument. Masha Allah, Allah, Mabarek. Adab. Umar. Masha Allah, Allah, Mabarek. Mind this answer. Mحترمين. اللي بتضغمنين. Wattenswa, add Amza, adab undlojenige? Abat, abat. Wusik. 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 Amza, fero. Watsik. 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 Du wirst nix machen, außer was ich mit dir mache, warte, was ich mit dir mache, warte, was ich mit dir mache, warte, was ich mache. Es ist mein Umut, er sagt, pass auf, was ich dir mache. Wenn du essen gehst, er ist gastfreundlich, er bezahlt die Rechnung. Bestimmt wird er das machen. Ist doch gut, kriegst du Hassanfutter. Ich glaube, Hamza besitzt Ehrlichkeit, aber keine Männlichkeit. Papadi, denkst du auch so? Oh, Barello, du bist richtig schlimm. Bis Ende des Matches will ich keinen Ton von dir hören. Leute, jeder der Rosen schickt mich vor ihm. Proton, ein Universum. Er wird nie wieder reden jetzt. Dreimal die Handy wegschmeißen. Handy wegschmeißen? Ja. Das ist neu. Barello, du kannst wieder reden. Der beste Kampf ist Hamid gegen Hamza. Aber Hamid kämpft nicht unter 25. Ey, ist Wallah die letzte Runde. Hamid kämpft aber nicht unter 25. Jaaa. Michael Jackson gewonnen, wa? Was ist das? Wir kämpfen einfach, egal wie viel Geld, Habibi. Ich überarfe nicht. Wallah, Hauptsache wir kämpfen. Man sieht ein wahrhaftiger Kämpfer, Wallah. Wallah, Geld spielt keine Rolle. Hamza kriegt nur einen Döner. Ich will kein Geld, Wallah. Ich will nur meine Männlichkeit beweisen. Wallah. Ich will kein Geld. Ich kämpfe nicht um Geld. Deine Männlichkeit beweisen? Ich kämpfe einfach um die Männlichkeit. Was man nicht besitzt, ne? Ich so, Wallah. Nein, ich kämpfe einfach um den Leuten zu zeigen, wer stärker ist von uns beiden. Ach so. Nein. Mich schick Hamza. Er kämpft einfach, weil er sportlich ihnen zeigen will, wer sportlich besser ist. Wallah, ich kämpfe nicht um wegen das Geld. Ich kämpfe einfach nur so, Wallah gegen ihn. Hamza, du kannst nicht mal geradeaus laufen, wie willst du kämpfen? Boxen ist Boxen und es geht nicht um das Geld. Es geht nicht um das Geld. Geld ist nicht alles im Leben. Wallah. Deswegen bettelst du den ganzen Tag auf TikTok. Oha. Du bettest doch selber, Männlichkeit. Gib Strafe, ja. Topsport entscheidet. Ich sag eins. Hamza bettet nicht. Hamza macht alles Ehren an sich. Alex, ich hab dir gefolgt. Folg mir zurück, Alex. Ganz normal. Ich mach ganz normal live. Ich folg Hamza jetzt auch. Ich folg mir auch Habibi auch. Mach mal, Verlierer macht Schattenboxen, sonst sehen wir, wer bessere Skills hat. Mach mal deine Musik aus ihr zählämme. Mach mal deine Musik aus ihr zählämme. Ey, Varello, das ist ein Lauslied von Hamza. Boah, Alter. Du wirst in Rekordepression. Ich hab eine Frage an euch. Spät Comedy, danke auch mal. Wallah, die sind alle frisch hinter deren Handys. Sowieso TikTok macht Männer. Ja, Tal Koran, Wallah. Vor mir, die würden niemals so frisch sein. Mein Gott, Wallah, ja. Umut. Niemals. Ihr hättet schon längst auf die Fresse bekommen beide. Baralow. Ernsthaft, ernsthafte Frage. Wallah. So eine Behinderten-Idee. So, ich hab Hamza gesehen. Erinnert mich an... Glaub mir, wenn du mich live siehst, wirst du nicht mehr so reden. Wallah, doch. Wallah, ich werde reden, wenn wir treffen uns bei Papa Aris. Wallah, du traust dich nicht so schwer. Ich würde auch alleine so reden mit dir. Wallah, niemals. Wallah, doch. Ich hab mit Hamza auch Stress gehabt. Ich bin zu ihm gefahren und hab noch schlimmer geredet als ich. Traust du mich nicht, Wallah, traust du mich nicht. Wallah, doch. Hallo, zur Not haben wir oben ein Fitnessstudio mit einem Ring. Blaah... Wallah. freue mich. Hamza komm. Baral, schnell mal deinen Finger hin. Isra, ich spiel deinen Mund, schreib mir auf Insta. Yalla. Assalamu alaikum wa bari. Alaikum Assalam wa rahmatullah wa barakatuh wa ammanillah. Wallah, Arafat ist das Beste, man. Heute früh hast du was anderes gesagt. Wallah, ich mag ihn. Was für heute früh hab ich was anderes gesagt? Du hast doch gesagt, der hat nur Macht in seinem Umgebung, Mensch. Arafat weiß ganz genau, dass ich ihn mag und dass ich ihn liebe wie ein Bruder, Wallah. Arafat ist nicht dumm, er weiß schon. Arafat ist King, Junge. Wallah, er weiß schon, wer ihn mag und wer ihn nicht mag. Wallah, er ist nicht auf den Kopf gefallen, er hat gute Menschenkenntnis. Wallah. Er hat schon jede Facette von einem Mann gesehen. Dieser Mann hat so viel gesehen. Wie alt ist Arafat? Wallah, der hat so viel gesehen, der hat so viel... 44, glaub ich. Wallah, vor seinem Auge ist so viel passiert. Nee, 46 ist er. Man merkt das auch, Wallah. Das er viel gesehen hat. Man merkt, dass er viel gesehen hat. Man merkt, dass er viel gesehen hat. Leute, folgt alle durch. Ich folge ihn zurück. Eila, danke für Quash. Lade mal einen vierten. Und was sollen wir jetzt machen, ja? Sollen wir einen vierten einladen? Soll ich Angelina einladen? Wallah, 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 ich schwör auf Khan. Wir haben nicht mal gar auf, was wir in Gotham oder Wallah. Willst du Hamza nicht teilen mit mir? Wallah. Ich brauche. Ich brauche.